Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Watch Dogs. Wer ruft denn jetzt schon mit an? Was haben Sie getan? Das geht Sie nichts an, Mr. Irac. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammter Quinn. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung. Kein Problem. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst. Aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel. Dem Merlot. So, vielen Dank. Quinn. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Das will ich doch meinen. Fakt ist, hier laufen die Frames deutlich stabiler. Hier habe ich konstant 30 Frames. Das ist total in Ordnung. Und ja. So lässt sich es auch besser spülen, finde ich. Mikro-Ruckler sind immer noch drin. Aber das ist schon in Ordnung, finde ich. Das kann man jetzt echt gut spülen. So, boah, ist der schnell. Ui, 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 ui. Zum Glück kommen wir in eine gute Bremse. Ich will den jetzt mal nicht so zu Schrott fahren. Ich mag das eigentlich mal gar nicht so gern. Wir haben uns ja... Oh. Wir haben uns ja auch schon länger nicht mehr hier gesehen jetzt. In Watch Dogs. Ich habe mich ja gestern bei euch gemeldet. Oder ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Aber vermutlich noch heute. Dann wird es gestern sein. Da kam eine Watch Dogs... Ne, eine Microsoft-Folge. Sorry. Und ja, die war mal eine Stunde lang. Kann man ja auch mal machen. Boah. Ich werde den Führerschein nie bestellen, wenn ich so fahre. Naja. In echt fahre ich ja da schon ein bisschen vorsichtiger. Und mit ein bisschen meine ich viel vorsichtiger. Viel vorsichtiger. So, hier dürfte man eigentlich gar nicht fahren. Aber scheiß drauf. Mal lässt nur einmal im Jahr. Warum ist das eigentlich immer? Keine Ahnung. Das eigentlich eine Party hat. Und ich bin eigentlich gar kein Partygänger. Egal. Ich sing es trotzdem. So. Was erwartet uns hier? Kein Weg zurück. Mission starten. Das Mello Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen, warum. Und danach stirbt er. So, ist das richtig, Leute. So und nicht anders. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich hab immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? Seid aufgelegt. Die führt doch was im Schilde. Belauschen sie Quints Party und... Egal. Quinn gefunden. Kamerazugriff. Kein ekelhaftes Netz zum Zutsprechen. Ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor... Bevor ich Bürgermeister wurde. Sogar bevor ich ein Politiker wurde. Lucky und ich kennen uns lange. Sehr lange. So wie ich Lucky kenne, Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Lucky's Herz ist. Er war großzügig zur Stadt und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Mein Mann hat Ihnen letztlich eine große Summe gespendet. Sie können sich ja dieses Jahr spenden, hier wieder. Ich muss noch das kleine... Meine Frau. Doch, der dürfte sich kein Champagner nennen. Der große Mann, der vorhin bei Finn war. Der große, mit dem Gen. Große. Er hat eben was Ansehen. Ähm... Ich will raus. Hörst du? Ah, jetzt da. Ich will raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege. Und dieses... Gottverdammte Auktionsfiasko. Jetzt sind wir beide im Visier. Gott ist dieses Amt. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben ihr Rack erwischt. Und der Bürgermeister bekämpft die Gangs. Rose wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also, verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky! Greifen Sie auf das Hotel-Netzwerk zu und deaktivieren Sie irgendwas. Wie auch immer. So. Nicht gerade meine Lieblingsaufgabe. Obwohl ich es mache relativ gern. Ja. Es geht. Es ist alles. Ich habe es schon länger nicht nicht gemacht. So. Hau auf auf. Patrouilliert jemand in den Docks. Ja. Alle Dauer. Gehen wir nicht auf den Herzen. Was zum... Jemand hat den Alarm ausgelöst. Das ist der Alarm. Sieh nach, was los ist. So, infiltrieren wir mal das Hotel, Leute. Wir haben einen Eindringlinge. Und das werden wir machen. So, komm schon. Schaut euch das Späte mal an. Und zwar nicht in der nächsten Folge. Hä, die Karre ist cool. Wir hatten den so hingeparkt, dass wenn man losfährt, dass man die Dinger umfährt. So schnell? Hier ist noch kein Sperrgewicht, Leute. Hihihihihi. Ach du Scheiße. Alter, von wo? Von wo? Alter, ey. Puh. Okay. Das habe ich wohl unterschätzt, Leute. Das habe ich deutlich unterschätzt. Das habe ich wohl unterschätzt, Leute. Wir haben einen Eindringling im Sicherheitssystem des Hotels. Schaut euch das Späte mal an. Vielleicht können wir woanders rein. Ich weiß es ja nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal eine schallgedämpfte Waffe. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen besser für uns, sag ich mal. Dann hörten wir uns nicht so schnell, wenn wir schießen. Oho. Alter. Hat ihr ein Glück? Hey, das war ich nicht, ne? Wer will mir das nachweisen? Nobody, sag ich mal. Nobody. So. Kommen wir mal von oben. Von oben. Schauen wir mal. Ob wir hier auch irgendwie reinkommen. Ach, vermutlich ja. Hier schon mal nicht. Da auch nicht. Aber hier muss man irgendwo reinkommen. Das kannst du mir nicht erzählen. Jetzt wäre das hier sinnlos. Offensichtlich ist es sinnlos. Okay. Ist natürlich jetzt doof. Aber gut. Komm, hüp drüber. Na, egal. So. So, hier gibt es wieder Kohle für uns. Wenn wir denn wollen. Sie ist noch nicht, weil ich nicht nur einer. 107.000. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Lass dich ewig da raus. Lass dich ewig da raus. Sieh nach. Behalte den Kopf unten. Das geht nicht gut für dich aus. Mach es nicht schwerer, als es sein muss. Ich seh den Mistkerl. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boah, ich muss die echt auf den Kopf treffen. Den habe ich besser erwischt. Deine Mutter hat Schiss, dass ich ihr wehtuhe, wenn ich in sie eindringe zum ersten Mal. Ah, ne, das ist eine Ruhe, die ist da nicht so. Da kann man nicht durchschießen, ne? Was? 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 Fickt euch! Geht euch ja hängen, ihr Säcke. Warum kann man da jetzt durchschießen? Wir haben einen Eindringling im Sicherheits- und dieses Hotel. Sieht euch das bitte mal an. Naja. Was soll man machen? Was soll man machen? Wie viel haben wir denn? Ich muss auf die Uhr schauen. 52. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Ich misse doch eigentlich. Ja, ich hab doch einen Scharfschützengewer, ne? Alles wird gut. Habe ich den erwischt, oder? Ich weiß es nicht genau. So ein Sack. Nicht auf dein Glück. Irgendeine Kugel wird dich schon treffen. Und ich will nicht noch. Alter. Du bist so im Arsch. Du weißt es nur noch nicht. So, der war's. Oh, wie schön ist das? Wir haben das CTOS für einen Medienangriff benutzt. Wohin der Bürgermeister auch sah, Spiene mit seiner scheiß Paranoie. Wir sagten ihm Geschichten von fremdgehenden Frauen und woran hat sie ergeben. Haben ihm die Warnzeichen beigebracht. Und dafür gesorgt, dass er gegeben hat. Ob es funktioniert. Ja. Bell Withers Entscheidung binnen zwei Monaten vorausgesagt. Und wisst ihr, wie lange es gedauert ist? Ja. Danke. Jetzt hört euch das mal an, dass es nicht mehr geht. Genießt du deinen Frauen an? Ich hoffe, es ist es wert. Das gab mir die Zeit, unser Hochzeitsalbum zu verbrennen. Bleib weg, solange du willst, du Hure. Deine Sachen liegen draußen im Höhen. Und gleich an, wenn du uns anwalt hast. Oh, ich schätze hier. Ja, das waren wir. Spielt keine Rolle, ob ich sterbe. Der Klapp will ich sehen und... Jetzt komm her, du Fotze. Jetzt, äh... Wir haben aber schon hartes geschützt, ne? Scheiß Mikrofon. Bisschen Sachschaden noch machen. Zur Kameras konnte man, glaube ich, nie zerstören, ne? Dann hacken wir den Kapp das mal. Das ist die Schrautflinte, oder? Wenn ich jetzt hier in die Mitte schieße... Warum kann man die nicht kaputt machen? Wo kommt man jetzt hin? Kann man ja mal gucken. Was? Das gibt's jetzt nicht. Alter! Äh! Der wird jetzt aber schon inzwischen... Sieht euch das bitte mal an! Du kleine Drecksau. Wer ist der? Achtung! Alter! Ihr Säcke! Jetzt reicht's mehr, aber... Jetzt reicht's mehr. Jetzt geh ich ab, wie Harry. Uiuiuiui. Uiuiui. Einmal dort. Komm, laden nach. Ja, ist das schon mal erledigt. Da haben wir hier schon mal Ruhe. Zack, wer genau. Scheiße, Mann! Wirf ihm ne Granate hin! Er schließt ihn! Er schließt ihn! Ich hink den Barsch! Alter! Wow! Scheiße! Das ist so krass! Ihr Säcke! Alter, wer wirft denn mit Granaten in einem Hotel? Ist er doch nicht mehr ganz recht. Alter! Der Wasser schießt das! Zwei Stück noch, komm! Jetzt aber, ihr Wichser! Und die Displays sind jetzt auch mal egal. Hehe! Ganz nicht, aber ein bisschen. No, 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 no. Ich warte nur. Du Fotze. Diesmal hab ich dich. Hehe. Jetzt kann ich noch Monitore kaputt machen. Neee. Neee. Ich war eh ein paar übersehen. So. Hier ist die Tür schon offen. Das ist ja die Pistole, eigentlich. Na, 80 Folgen fällt mir gerade mal so auf, dass eigentlich, ähm, das Ganze ein bisschen mausempfindlich. Könnte man eigentlich, ne, runter muss man sich da anstellen, das ist mir alles jetzt viel zu langsam. Ist mir schon so oft aufgefallen. Oh mein Gott. Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Ja, es passt schon so. Ja, erwarte dich wohl. Gut. Ja, ich glaub so ist es besser. Gefällt mir besser, Leute. Befällt, gefällt, gefällt. So, wie viel haben wir? Sie nehmen Warnungen nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann's vorbei ist. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nächte starb in dem Auto. Sechs Jahre alt. Oh. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Sie müssen verzeihen. So viele Leute kommen mit ihren kleinen Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. Oh jetzt da war ich hier in 2 Sekunden Alter, das ist krass hier, Alter, Leute. Ich muss mal schauen, ob ich mein Gewehr noch dabei habe. Okay, Leute, aber wir machen jetzt hier eh Schluss. So, ich mache jetzt hier Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.